Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Hier nun ein Hörtext zum Kurs B2 bis Test DAF Vorbereitung mit dem Titel Auf den Spuren der Pflanzen. Teil 1. Die Wissenschaft ist immer auf der Suche nach neuen Heilpflanzen und deren Wirkstoffen. Man hofft neue Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Infektionen zu entdecken. Der größte Teil der Pflanzenarten ist bisher noch weitestgehend unbekannt. Nur ein Bruchteil der Pflanzenwelt ist auf ihre heilende Wirkung hin erforscht. Doch vermutet man, dass in besonders extremen Biotopen wie in den Regenwäldern, Wüsten, Gebirgsregionen und Korallengebieten in den Tiefen der Ozeane wertvolle Schätze für Arzneimittel verborgen schlummern. Zu diesem Thema empfehle ich Ihnen auch den Artikel in der Apothekenschau, die habe ich Ihnen unten angegeben und einen Artikel, eine ganze Lektion mit dem Titel Die Jagd nach dem grünen Gold vom Fabuda Verlag Test DAF Training 2002 von Klaus Lodewig. Dort finden Sie eine ganze Lektion zu dem Thema Die Jagd nach dem grünen Gold. Ich werde Ihnen im Anschluss auch weitere Aufgaben und Übungen zu diesem Thema stellen. Bis dahin sage ich Tschüss.